Loslegen, ja? Nicht fünf Sekunden vertrödeln, weil schneller als 52.07, zehn Autos, ja? Das sind pro Auto fünf Sekunden. Gut. Werden Sie bereit? Auf die Plätze, fertig, los! Er zieht, er zieht, er zieht, gucken Sie sich diese Kampfen an. Kraft, Koordination, guckst Ihnen auf die Uhr an. Wenn die Dosen weitergehen, meine Plätze liegt, muss ich stoppen. Die sind viel schneller, guckt euch das an. Wahnsinn, Wahnsinn! Was soll das denn? Was soll das denn?